Jetzt drehen sie sich. Wow! Obwohl wir bei jedem Bauabschnitt hier vorbeigelaufen sind, ist sie jetzt, gelinde gesagt, doch recht entsetzt. Wenn die sich stärker drehen, soll man das anscheinend im Brüstkorb so ein bisschen vibrieren spüren. Ich merke jetzt nichts. Wir müssen jetzt hier durch diesen Prozess. Das kann auch sein, dass die natürlich irgendwo, wenn man lang reitet, Schatten werfen und man dann ungalant vom Pferd absteigt, weshalb ich freiwillig unten bin. Und deswegen laufe ich jetzt auch dran vorbei. Man muss es ja nicht raus provozieren. Ich empfinde sie als lauter, als erwartet übrigens. Es ist kein furchtbares Geräusch, aber... Aber auch nicht schön. Das ist noch gar nichts hier. Der Wind ist ein laues Lüftchen. Ist okay, ja. Sehr gut. So, die haben mir hier gerade erklärt, dass die jetzt unter Volllast laufen, dass sie nicht wirklich lauter werden, auch wenn es Meerwind hat und dass die nachts ein bisschen reduziert werden. Was ist das jetzt? Bleib cool. Ja, da oben ist auch so eine Anlage. Kameras und so weiter. Du kannst gar nicht lachen, gell? Ach, Kurben. Aber es bleibt uns nichts übrig, als dass wir uns hier dran gewöhnen. Sonst können wir hier nicht mehr lang. Und es kommen dann noch mehrere, noch weitere. Es gibt also kein Entrennen. Ja, jetzt reicht's dir, gell? Okay, wir gehen. Das ist immer locker. Immer locker. Oh, um. Oh, um. Oh, um. Oh, um. Oh, um. Oh, um.